Here we go again! Welcome back! Welcome back! Die Cookies sind mal wieder da. Wer hätte es gedacht. Zweimal die Woche sind wir sowieso für euch da und heute mit der nächsten Folge. Diesmal wird es wieder ein wenig was Süßes geben. Was unnahrscheinlich Leckeres. So viel kann ich euch schon verraten, denn ich habe es schon mal in einer ähnlichen Variante gegessen von Nico. Ja sowas hatten wir schon mal. Auf jeden Fall ist das... Ja hier hatten wir es nicht. Hier auf keinen Fall. Im berühmten Restaurant. Nico erklärt es euch am besten, denn ich bin der Genießer, er ist der Erklärer. Und der Köcher. Das mach ich ja auch. Ich rühre ab und zu mal da durch und ich schnibbele ab und zu. Ich habe nämlich nach wie vor nur in der ersten Folge geschnitten. Das ist hervorragend. Wir machen süßes Risotto. Dafür haben wir ganz normalen herkömmlichen Risotto-Reis. Wir kochen das Ganze natürlich nicht mit Brühe, sondern mit einem Läuterzucker. Das heißt Wasser und Zucker eins zu eins im Verhältnis. Wir haben jetzt 200 Milliliter Wasser, 200 Gramm Zucker. Das Ganze kochen wir uns jetzt im Topf einmal auf, dass der Zucker sich auch lösen kann. Packt dort Insulin aus. Heute gibt der Zucker auf die Backe. Aber sowas von. Wir brauchen die Flüssigkeit, um den Risotto-Reis auch garen zu können. Ohne Flüssigkeit geht es nicht. Dann haben wir den Rhabarber uns schon geschält. Wir nehmen den Rhabarber... Abschnitt? Ja genau, die Schalen und den Abschnitt für den Sud, den wir uns an das süße Risotto kippen, um da ein bisschen mehr Geschmack hinein zu zaubern. Wir kochen mit ein bisschen Rosmarin. Dann darf der süße Parmesan, also die weiße Schokolade nicht fehlen, die wir uns dann nachher reinraspeln. Dazu wird es dann Erdbeeren geben mit Minze. Schön warm, schön lecker, schön süß. Das ist richtig süß. Das ganze Gericht ist eine süße Explosion. Voll auf die 12, aber eine absolute Explosion des süßen Geschmacks. So, das heißt, Nico hat es jetzt reingetan. Die Rhabarberweste von der Schale, um ein wenig Geschmack da mit ranzukriegen. Das wird jetzt nur aufgekocht. Wir lassen das einmal kurz aufkochen, lassen es ziehen. Damit der Zucker sich auflöst, denke ich mal. Ja genau. Studentenfutter Risotto. Da könnt ihr sehen, wie wir ein normales machen. Das ist die allererste Folge, auf die wir immer noch unheimlich stolz sind. Ja, die war sehr fein. Die war sehr fein und ein ganz schöner Ritt, weil wir damals noch gar nicht wussten, was so passiert. Wissen wir das jetzt noch? Ne, das wissen wir jetzt auch noch nicht, aber jetzt sind wir ja schon wenigstens so ein bisschen. Wir wissen zumindest, was wir vorhaben. So ganz grob. Wo der Nico gerade sagte, wir wollen den Geschmack übernehmen von den Rhabarberresten. Könnt ihr jetzt schon sehen, dass das Wasser lila sich färbt, weil der Geschmack und die Farbstoffe schon austreten. Es brodelt ordentlich auf. Soll hier schon mal Wasser rein? Der Zucker ist ja schon gelöst. Geht da gar nicht drauf ein. Ne, ich bin auch gerade gedanklich dabei, ob wir noch ein bisschen Zucker auf den Grund machen und uns das karamellisieren. Aber dann ist es nochmal süß. Dann ist es noch süßer. Wer ist dafür? Wer ist dafür? So, das sieht fertig aus. Wird dann einfach nur umgefüllt. Wir haben das Sieb mit reingestellt, damit wir die Rhabarberreste dann raus haben. Und es bleibt eine wunderbare Rhabarberzuckersauce. Ja, aber das ist mal eine Brühe, wie ich sie gerne habe. Wir machen so einen kleinen Rhabarberkompott. Die Erdbeeren machen wir an und hiermit machen wir unser Risotto. Wir machen ein wenig Zucker fürs Risotto rein, weil mit dem Zucker hier, dem Zucker, der an die Erdbeeren kommt, der Schokolade, die gleich da drauf kommt, könnte sich vielleicht ein wenig knapp werden mit der Süße. Deshalb hauen wir einfach nochmal ein bisschen Zucker. Es ist nicht viel, wie ihr seht. Der Boden ist leicht benetzt. Soll so ein bisschen anrösten, karamellisieren quasi. Und dann kommt das Risotto drauf und wird hiermit abgelöst. Ja, genau. Wir würden auf jeden Fall mit normalem Wasser nachher noch angießen, um unseren Risottoreis bissfest zu garen. Also jetzt noch hier mehr Zucker und da schon Zucker. Und kannst du auch überschriften, wir kochen Zucker. Hackt der Nico nochmal ein klein wenig Rosmarin in feine Stückchen. Das kommt dann halt so als kleiner Pfiff in die Süße mit rein. Arbeiten wir heute gar nicht da mit Salz und Pfeffer auch, ne? Eine Prise Salz. Eine Prise Salz. Prise Salz gehört immer dran. Das macht das Ganze nämlich am Ende sogar noch süßer. Der Zucker ist angeschmolzen. Das Risotto geht dementsprechend mit rein. Soll ich das direkt ein wenig verrühren? Kannst du versuchen, aber es wird festkleben. Nö. Ach, geil. Also Risotto-Reis kocht er so oder so mit drei Teilen Flüssigkeit. Das heißt, wir gießen einmal an, sodass der Risotto-Reis gut bedeckt ist. Wir lassen das runterköcheln, die Flüssigkeit, und gießen dann wieder auf. Nico füllt jetzt erstmal ein bisschen normales Wasser mit ein. Das ist unsere erste Zugabe vom Wasser, sodass es benetzt ist. Das haben wir wunderbar erreicht. Und dann kann das jetzt quasi die erste Stufe garen. Rosmarin kommt aber wieder zu. Genau. Der Geschmack kann die ganze Zeit gerne mit reinziehen. Wir machen uns ein kleines Rhabarberkompöttchen dazu. Habt ihr schon mal bei uns gesehen? Bei unserer wundervoll ausgearteten Folge des Desserts mit dem Mousse au Chocolat. Passt halt wunderbar dazu mit den Erdbeeren im Rhabarber dann zusammen. Wie beim letzten Mal auch? So schräge oder? Schöne Stückchen. Wird doch irgendwie komportiert. Es wird kompostiert? Komportiert. Hier ist die Flüssigkeit schon so gut wie verschwunden. Das heißt, ich werde das erste Mal jetzt auffüllen. Hat sich die Farbe im Klang ein wenig verändert im Risotto, weil dort ein wenig was von unserem Läuterzucker mit Rhabarber drin ist. Das ist ein bisschen roséartig geworden. Genau. Rhabarber ist fertig. Rhabarber ist fertig. Kann direkt in den Topf. Zucker ist ja was, was gerade Kinder in der Regel nicht gerne mögen. Mein Sohn zum Beispiel sagt jedes Mal, Papa, bitte keinen Zucker. Das mag ich nicht. Kleiner Scherz am Rande. Ich hätte erwartet, von da hinten kommt jetzt eine Beschwerde. Er sitzt da hinten und macht Hausaufgaben. Homeschooling. Grüße gehen raus. So? Ja. Kannst du dich den Erdbeeren widmen und kannst auch einfach da bleiben? Der restliche Läuterzucker kommt dran. Ich möchte übrigens mal ein bisschen Applaus hören, denn dadurch, dass ich hier die ganze Zeit schnibbel, hat der Nico jetzt schon das eine oder andere Mal die Kamera umgestellt und die Schärfe. Ich werde das dann nachher begutachten. Ja, genau. Das ist nämlich das Spannende daran. Und der Ärger geht dann direkt in deine Richtung. Ich habe mich in die Schärfe geguckt. Das ist natürlich kritisch. Da gibt es dann von den hinteren Reihen ein bisschen Beifall. Schön geminzt. Schön geminzt. Ich habe jetzt noch den letzten Schuss Läuterzucker. Ah, gute Idee. Den könnte ich schon so essen, den Pott hier. Erdbeeren, Minze mit ein wenig Läuterzucker, weil wir ihn noch übrig hatten. Man kann auch normal einfach Zucker drüber streuen. Fertig. Also circa 20 Minuten hat das Ganze jetzt dann schon vor sich hingeköchelt. Ihr seht es, langsam wird der Reis halt dick und wird immer garrer. Wir haben gerade probiert. Er hat nur noch eine ganz leichte Bissigkeit. Soll er ja haben. Soll er auch haben, genau. Das ist gewünscht. Das heißt, ein Schuss Sahne kommt dran. Was heißt ein Schuss? Ich glaube nicht. Noch nicht das ganze Ding. Nee. So ein guter. Ja. Jetzt haben wir nochmal Flüssigkeit drin. Der Reis soll ja kriechen auf dem Teller. Das würde er jetzt. Kann unser süßer Parmesan hinein. Das gibt schöne Schoki-Hände über dem heißen hier. So eine richtige, schöne, sinnliche, haptische Nummer. Muss das ganze Ding hier verarbeitet werden? Ja, ein bisschen was können wir uns gleich hier noch drüber reiben, glaube ich. Dann haben wir unser süßes Risotto. Richtig schön schlotzig. Ihr könnt euch das natürlich von der Konsistenz so weit runterkochen oder nur so viel Flüssigkeit angießen, wie ihr das haben möchtet. Das stimmt. Ich wollte gerade gesagt haben, Nico hat es wieder auf irgendwelche merkwürdigen Art und Weisen geschafft, es hinzukriegen, dass ich derjenige bin, der am Ende die dreckigen Hände hat. Oh, was? Was ich am wenigsten mache. So, wir sind damit durch und können anrichten, wie ihr seht. Der Nico, der nimmt euch mal wieder hervorragend mit. Der macht einfach, weil er Bock drauf hat. Ja, aber das ist nur durch Zufall, das musstest du gar nicht. Das ist quasi Low Carb, was wir hier heute machen. Kleiner Scherz am Rande. Es ist relativ weit davon entfernt. Wir haben unser Rhabarberkompott, wir haben das süße Risotto und jetzt kommt noch ein wenig Erdbeer mit Minze und Läuterzucker. Ich glaube, das Wort Zucker ist heute durchaus gefragt. Um das Ganze noch ein bisschen süßer zu machen. Den Boden hast du in erster Linie gesüßt. So, ich schau mal, was bei mir hier dabei rauskommt. Der andere Hände hat da Hunger mit. Ja. Und dann ist direkt gedanklich so, ich muss den Teller machen, ich muss den Teller machen. Ich muss den Teller machen, ich kann gar nicht quatschen. Doch, ich kann immer quatschen. Ich nehme auch ein wenig Rhabarber. Zweierlei Ecken. Eine Ecke mit zwei Dingern. Und dann... Dann höre ich aber ein bisschen Minze dran, oder nicht? Ein Krönchen? Ja, aber das möchte ich gefälligst alleine tun. Hier. Das Abschlagen ist ganz wichtig. Tata! So, einmal schön auf die zwölf, was den Zucker angeht. Ganz genau. Wir zeigen es auch nochmal hier oben. Fein. Es hat Zucker gemocht. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Werden danach ein bisschen Wasser danach trinken. Und leckere Nummer. Frischert tatsächlich dann hinten raus noch, als man denkt. Dadurch, dass wir halt den Rhabarber dabei haben, die Erdbeeren dabei haben. Und wir haben ja gerade probiert. Es ist gar nicht so süß, weil wir haben ja mit der doppelten Menge Wasser gearbeitet. Das stimmt. Also Läuterzucker und ganz viel Wasser. Genau. Und an dem Ganzen so ein bisschen... Und Rosmarin. Die Süße genommen. Genommen. Danke, dass ihr dabei wart. Hat uns gefreut, mal wieder was für euch auf den Teller zu kriegen. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Resttag. Macht es nach. Abonniert uns. Kommentiert uns. Liked uns. Vorbereitet uns. Genießt uns. Habt Spaß mit uns. Wir haben ihn in jedem Falle. Und sagen schönen Tag noch. Tschüss von den Cookies. Tschüss. Tschüss. Tschüss.